Willkommen im TipTap Babytiere Safari Park. Der Affe und seine Freunde singen und sprechen auf den manischen Sensoren. Gemeinsam mit den TipTap Babytieren und den kleinen Rolly Polies gibt es viel zu entdecken. Ob rutschen oder zwischen den Bäumen schaukeln. So viel ist möglich im TipTap Babytiere Safari Park von VTEC. Und passend zur Weihnachtszeit der TipTap Babytiere Adventskalender.